Das zweite Tagebuch eines wandelnden Toten Eintrag vom 14. August 2009 Ideen Von Angelo Negro Gelesen von Kia Sie hat heute Geburtstag und ich habe ihr eine liebgemeinte Nachricht geschickt Ich habe vor, sie morgen bei der Arbeit zu besuchen und ihr eine kleine Aufmerksamkeit zu schenken Ich habe vor, mit ihr eine Freundschaft auftreten Ich habe vor, heute eine Ex-Freundin zu treffen, die mich damals nach dem Ende als Freund, nicht als Partner halten wollte Ob das deine Idee ist Ich will dich nicht Was weiß ich schon von guten Ideen Rückblickend war am Ende keine meiner Ideen wirklich gut Lediglich für den Moment Nein Ich habe vor, heute eine gute Idee